so hau auf Lass mich erst mal durch Alter du tötest ihn tötest mich ey du tötest die Pilzkuh ist so die Armkühe auch wenn das keine Pilzkühe sind so hier kommt jetzt das Schild hin wo was für ein Schild ich hab so äh es geht jetzt übrigens weiter ist ist ja ich muss das Schild das ist einfach ich hab's geschafft du Idiot aber auch nach wie viel stunden keiner kann mir dann in der Aufnahme ihn er gebraucht hat es sind ich bin übrigens durch oder was angefangen ich hab dir gesagt es geht los ich war noch beschäftigt damit das Ui wo welche ist das denn hier war war auch die dies einfach ich hab doch schon den Checkpoint aufgemacht und ich bin wieder zurückgesprungen 3 Obst voll einfacher Leine Hagen ich verreckt sofort neid da ach so ja das ich habe sie mich einfach Ach, der sprung. Alter. Alter. Geschafft. Wie hast du den gemacht, jetzt mal im Ernst? Ja, ich bin durchgesprungen und hab Shift gedrückt. Von wo bist du gesprungen? Von hier? Ja, ich bin so schräg reingesprungen. Hä? Und dann, als ich hier ungefähr war, hab ich Shift gedrückt. Ey, der Sprung ist voll kacke. Das ist ja voll einfach. Von wo, von hier? Ja. Ich hatte jetzt zwei Mal, ich hatte immer noch. Ich bleib immer hier, ich bleib immer da. Ey, mach mal, guck mal, stell ich hier hin. Ach, Mist. Okay, sie machen mir, ich bin nicht gesprintet. Mach mir, ich soll ich, warte mal. Mach mir, ich soll jetzt nachmachen. Hier, mich, mach mich nach, hier, ich hab's geschafft. Was hast du denn gemacht? Achso, ja, ich hab, fuck. Keine Ahnung, ich hab hier irgendwie gestartet. Da bin ich gespritzelt und hab dann irgendwie Shift gedrückt. Nein! Ist wahrscheinlich ein bisschen Glück dabei, aber. Ah, so geht's leichter. Wie? Äh, René. René, guck mal. Stell dich hier hin. Ja, einen Einzelsprung, einfach einen Einzelsprung machen. Und dann Shift drücken, wenn du am Rand bist. Ja. Ah, Mist. Ich drück, ich mach einen Doppelsprung. Ist genauso wirksam, aber jetzt find ich den Anlauf. Nein, ich bleib nicht. Ich komm da nicht drauf. Du musst einfach. Oh Gott. Ich komm da irgendwie nicht drauf. Okay, jetzt wird das wirklich leicht mit der Zeit. Ich komm da nicht drauf, ich bleib immer an dem. Hier bleib ich dranhängen. Aua. Hier an dem hier bleib ich hängen. Okay, warte, dann springen und ich schlag dich rüber. Äh, nein, Alper, sie, dass ihr dich schlag. Nein, René, muss noch mal rüber. Sag bloß. Sag an, ey. Ja, sag ich auch. An. Stimmt, ich darf einen Gamehaut. Alter, ich hasse den Sprung. Wie mach ich das? René ist so gut nicht. Ich hasse den Sprung. Der ist doch nicht so schwer. Wir haben den jetzt vier weiter danach geschafft oder so. Ey, ich weiß nicht, wie der geht. René. Ja, ich mach das. Warte, du gehst hier hin. Ja. Du machst einen einzigen Sprung nach da und das Schiff. Ja, wow, das hat ja super geklappt. Ja, Gras hat es funktioniert. Auch ich bin drüben, was ist ein Zufall da. Ja, es klappt nicht, ich bleib. Ich komm noch nicht mal an, der Zirk, guck mal, ich lande immer hier. Ja, koste Skil oder sowas. Na, guck mal, ich lande immer da drin. Ne, guck mal ganz genau. So, sprinten und dann nach rechts. Ach, ja, ich hab. So, springen. Ja, das ist der Vorfeld. Dann und dann springen und dann nach rechts, dann nach links ziehen. Das ist der Vorfeld-Effekt, da funktioniert das nie. Oh, mein, ich, ich vergesse mal zu springen. Äh, endlich! Oh Gott! So, wo geh ich hin? Ja. Oh, da. Oh Gott. Oh, da. Und... Heidwitzka. Moritz Heidsma. Oh, jetzt ein Doppelsprung machen müssen. Ja, ich hätte auch ein Doppelsprung machen müssen. Oder Sprintsprung oder wie auch immer. Dann einfach Doppelw. Ich sage mir lieber Doppelsprung, das hat sich echt besser. Nein! Da hat sich... Kacke. Ach Gott, da hätte ich überhaupt springen müssen. Da hätte ich überhaupt springen müssen. Ja, war gut. Das war der Beste vom Tage. Ist so. Das Beste vom Tage. Ist so. Hat jemand die Watz? Das gehört in den Wild und nicht in die dreckige Watz. Die Wild... In die dreckige Watz! Ey, die Wild ist dreckiger als die Watz. Jetzt sei ganz ehrlich. So, die Wild ist aber das dreckigste Schundblatt der Welt. Dann gehört das halt in die... Kid Stone! Kid Stone! Woher mein die Kid Stone? In die Bravo! Ich war aber im letzten Sprung und abverstanden. Der Bravo in der Doktor-Sommer-Zeit. Ist der nicht abgesetzt oder so? Du weißt, dass er so meine Dien ist? Oh Gott! Ist der nicht abgesetzt oder so? Keine Ahnung. Ach, ist mir egal, die ist sowieso. Mit ihren... Boah! Ich hätte es seit springen sollen! Mit ihren Tipps dafür. Boah, wieso bleibt... Meiner bleibt immer stehen! Ich will doppelt... Ich will rennen. Stehen! Stehen! Ich will rennen. Ja. Dann... Dann bleibt der... Anstatt zu rennen, bleibt der stehen. Ey, so, der hat sich jetzt gerade angeredet, wie so ein Schaf irgendwie. Stehen! Bleib ich... Stehen! Ach, komm! Der... Ich schaff... Ja. Wo ist das Ende überhaupt? Hör, hier, wo ich bin. Ganz weit hin. Warte, ich kann Ihnen sagen... In der After. Nein! Oh. Rene, ich gebe dir hierbei einen Tipp, du musst versuchen, auf den Block zu springen. Nicht auf das Glas. Auf den Block ist leichter. Echt? Ja. Ach, komm! Sauber passiert! Alter! Sauber. Geh, ich war jetzt einfach zu Debrie. Sorry, aber da war ich jetzt einfach zu Debrie. Ja, verreckt doch. Also, das ist ja noch einfach, das Erste. Das geht auch noch. Das ist schon etwas schwieriger. Oh, komm, ich hab zu frisch. Okay, nee. Sauber. Ja, ist ja jetzt easy peasy. Okay, jetzt hier musst du... Du sprintest schon von da, aber versuchst du auf den Block zu springen. Also, von dem Block aus oder von den Garten. Nein, nein, du sprintest über das Glas und springst dann hier auf den Block. Alter, voll leicht. Ja, das ist schon... Das ist hier... Das geht eigentlich noch hier, aber... Ja. Jetzt kommt der letzte Sprung. Los, René. Oh nein! Fuck. Boah, passierte, dass René jetzt so träumen können, da. Oh yeah! Passierte, dass René so träumen können. Ich weiß, aber... Oh mein Gott! Das wäre irre witzig. Ja, ich hab ihn ja vorhin schon einfach runtergeschlagen. Und wenn ich ihn schon am Anfang runtergeschlagen und der aggro wird... Ja, dann am Ende wird's dann echt was übertrieben. Nichts gegen dich, René. Aber ich hab alle geschafft. Immerhin hab ich keine halbe Stunde bei einer Challenge gebraucht. Ja, ja, ganz genau. Das muss immer Hinterkopf behalten. René, ich werde das Hinterkopf behalten, wenn ich tu. Oh, wenn ich so lange dran wäre, ich soll... Ich zumindest. Du wirst so heulen, ne? Boah, los, Passierte! Ja, schockt, oh. Wieso? So, oh. Passierte, dass, was ich gesagt... Ja, Passierte, kann es auch so anscheinend. Oh, letzter Sprung. René, geh aus dem Weg. Okay. Wow! Au! Oh Gott! Ich mag die Challenge jetzt schon nicht. Ich auch nicht. Alltie hier links voll viele Kugeln auf dem Boden. Wieso? Weiß ich nicht, hier, ne. Wow! Wieso haben wir denn gehen? Fuck. Ich soll jetzt die Kugeln nahen. Nein, nein, nein. So liegen dann welche. Ich weiß nicht. Ich glaub... Keine Ahnung. Das war's. Hä, lol. Ich bin durch den Stein geflogen. Echt? Ja. So, Kugeln alle sammeln, eingemammelt. Ich stand da drauf und auf einmal abklappt. Ja, ist doch gut. Nein, ich bin runtergefallen dadurch. Oh, das ist nicht so gut. Ist irgendwie schon so, oder? Nein! Guck mal, auf dem, wo du gerade draufstehst, Flo. Fail. Ja, was war da? Da bist du durchgefallen. Ja, ich stand da ganz normal drauf, hab gewartet, bis ich, ähm, also, halt, Shift gedrückt die ganze Zeit. Ja. Hab, äh, stand genau in der Mitte des Steines. Ja. Und dann, blub. Oh, na. Oh, das ist echt traurig. Das hat mir voll viel abgezogen. Ich hatte, ich glaub, ich hatte nur noch zwei Herzen oder so danach. Wow! Wow! Nein! Letzter Sprung! Nein! Ich bin übrigens Level 96. Boah! Ich bin erst Level 60. Ich 62. Fail! Wow! Boah, kacke! Da merkt man, wer am meisten... Nee, weil pass ich nicht. Okay, vergisst du, was ich sagen wollte. Was denn? Ist schon okay. Ich bin fertig. Sauber. Weeps! Nein! Fail! Boah, fuu, ey! Oh, quasi! Echt? 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 Nein. Wieso hast du eigentlich so viele CDs? Ich hab die doch alle eingesammelt. Die sind in den CDs, äh, sind in den Kisten drin. Oh, was? Viele? Man, immer verkacke ich den, was ist das? Boah! Die finde ich schöner. Ist ja auch schöner. Ich hör die gar nicht. Die finde ich schön. Die ist voll kacke. Die macht einem voll Angst, ey. Ja, ey, wie viel Schiss ich schon hab, ey. Ich hab mir schon ein halbes Pfund in die Hose gesetzt, ey. Flo weiß noch im Moviepark, ich hab voll das Pfund in der Hose. Ja, man. Das hätte ich in England sogar sagen können. Ich hatte einen Pfund in der Hose. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Moan. Boah, ey. Guck mal, den schaff ich immer. Und hier schaff ich den nicht. Ja, nein. Ich bin, wieso bin ich gesprungen? Heilig. Mein Daumen klebt an der Leertaste. Nein. Wow. Huh. Ja, okay. Okay, was muss ich denn? Oh, nein. Was ist auf den hier drauf? Ja, das ist nicht so schwer. Jetzt noch hier drüber. Pass auf, über die ist Decke. Ja, Herz aufgeschafft. Nein, ich hab's natürlich nicht geschafft. Mann, ich hab's gerade geschafft und ich drück nochmal Leertaste. Scheiße. Ja, ich werd jetzt mal nicht mit Kügelchen. Du wirst schon nervt. Theoretisch wirst du ja mit Fläschchen. Ja, aber das nervt schon genug hier, die Challenge. Naja, das geht. Ich komm immer bis hier. Okay. Ja. Sauber, los. Ja, und ins Wasser. Ui. Hellig. Brightness, Brightness. Habe ich das? Optionen, Grafik. Brightness, hier muss man Brightness breit machen. Was ist Brightness? Das ist doch... Das ist Helligkeit, oder? Ich glaub schon. Auf düster? Ja. Ja, auf düster. Oh Gott. Ich erkenne hier gar nichts. Oh, ich schon. Ganz, ganz knapp. Ich auch, ich auch ganz wenig. Hier ist der Block. Oh. Oh Mann, da kriegt man auch einen Krebs von. Bin ich drauf? Sind die gemein. Bin ich... Ne, ich bin runtergefallen. Und? Äh, hier. Da. Da. Oh, ich hab's geschafft. Hier ist die Wetterfackel. Oh. Alter, ich glaub, ich werd die aufgeben müssen. Ich kann gar nicht sehen. Ich seh auch nicht so viel, aber... Helligkeit ist schön wieder... Meine Helligkeit, ihr versteht nicht, ihr wisst nicht mehr. Meine Helligkeit ist doch extrem niedrig. Ich hab ja bei Haga-Games in der Höhle schon nicht sehen können. Ja, dann, äh... Ich geb die auf. Dann mach ich ein bisschen höher, die Helligkeit. Wenn das wirklich so schlimm ist. Nein, ich kann echt nicht sehen. Ja, mach die ein bisschen höher, hab ich doch gesagt. Hab ich. Warte, ich war auf Pol... Hell. Zack. Miss, wo ist der nächste Block? Ne, ich kann nicht erkennen. Wo ist der Block, der erste überhaupt? Ja, und... Ne. Nein, ich war auch noch falsch. Dann machen wir das so, wenn Florian fertig ist, dann packen wir ihm da eine Fackel rein. Ne, ich kann nicht sehen. Ja, dann... Oh, hörst du nicht zu. Wenn Florian fertig ist, dann packen wir dir da eine Fackel rein, damit du hell hast. Heller. Damit du... Ja, damit du heller hast. Damit du es heller hast. Damit Florian nicht sagen kann, oh, du hast die Übersprung genug. Oder damit...